Seit ich diese Frau kennengelernt habe, versuche ich, ihre Träume zu verwirklichen. Lass das! Ich lass das! Wenn man's recht bedenkt, ist es eher eine triste Gegend. Die Superreichen sterben vor Langeweile. Ich will, dass wir zusammenwohnen wie ein richtiges Paar. Sie hat doch viele Gemälde, oder? Ja. Stibitzen wir ihr doch eins. Ich habe dich beobachtet. Du musst nur das richtige Profil treffen. Sie wissen, ich bin verheiratet. Ist mir egal. Mama Sherry. Die Typen, mit denen du verkehrst, wollen einfach eine schöne Zeit mit dir verbringen. Aber abends laufen sie brav zur Mama. Ich würde dir auch folgen, wenn sie in deinem Alter wäre. Was soll ich denn machen? Sie ist nun mal jünger als du. Ist was passiert? Mein Schmuck ist weg. Denkst du wirklich, dass ich... Nein, du bist zu blöd. Wo ist dieser Hohenbock? Der kleine Scheißer hatte sie wirklich in der Hand. Das Ziel wäre doch eine Heirat. Nein, eine Scheidung. Liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Du verfluchtes Miststück. Willst du mich umbringen? Ich höre dir kurz aufhören. Hau auf damit! Man darf nicht alles glauben, was sie erzählt. Margot erfindet, wer sie gern wäre. Das Geld war der Grund. Nicht wahr?